Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute wieder mit einem super, super spannenden Thema und zwar geht es um Bilder von verschiedenen Malern des 17. und 18. Jahrhunderts, die alle ja letztendlich Europa in Ruinen zeigen, aber auch Russland, also weltweit, denkt man, hey, wie kann es sein, dass gerade um diese Zeit eben diese Bilder entstanden sind? Ja, und da stellt man sich die Frage, ja, sind das Bilder, die halt eben nach diesem Reset-Schlammflutereignis, was auch immer, entstanden sind? Ja, und zeigen diese Bilder vielleicht wirklich unsere wahre Geschichte, die dann natürlich offiziell als ja ruinistische Malerei dargestellt wird? Und das ist eigentlich, also wenn wir mal anschließend an eines meiner letzten Videos mit den leeren Städten, nochmal ein kleiner Schritt zurück in die Vergangenheit, da gab es dann halt eben noch keine Fotografie und deswegen ist es ja gerade so spannend, sich mal anzuschauen, wie war denn die Malerei damals und sich dann zu überlegen, den mutigen Schritt zu gehen, mal zu überlegen, naja, was wäre, wenn die Maler halt sich nichts ausgedacht haben, wie es ja von der offiziellen Seite dargestellt wird, sondern wenn die halt das tun, was Maler nun mal machen, und zwar die sie umgebende Wirklichkeit möglichst fotorealistisch detailgetreu darzustellen, und dann zeichnet sich halt eben, ja, ein ziemlich, ziemlich heftiges Bild. Ja, also schauen wir mal an die ersten Bilder, und zwar von Giovanni Battista Piranesi. Die haben mich seit Jahren in den Bann gezogen, als ich das erste Mal gesehen habe, da hat es also eine ganz eigenartige Faszination auf mich ausgeübt. Ich zeige dir mal ein paar. Das hier sind Bilder, wo auch schon, ja, andere Menschen dann so ihre Anmerkungen dran gemacht haben, also halt genau ihre Gedanken in Worte gefasst. Was ist das? Also dieses erste hier, was so aussieht wie Spitze eines Turms, die dann noch irgendwie aus der Erde herausschaut, aber, ja, halt mit den kleinen Menschen da drauf, mit so einer Holzleiter, völlig erodiert, überwuchert schon. Und man hat den Eindruck, es geht noch deutlich tiefer nach unten. Auf dem anderen Bild sieht man es auch, so ein, ja, Überbleibsel eines Bogens oder, ja, Aquädukt, was auch immer, wo man halt sieht, ja, also das sind schon Ziegelsteine, aber, ja, die Menschen sind einfach mega klein. Dieses, also auch diese Architektur steckt im Boden, ist irgendwie versunken. Und hier habe ich noch ein Bild für dich, wo man halt eben auch diese riesige Architektur sieht, darunter halt eben, ja, ich sage jetzt einfach mal Menschen mit einer, ja, nicht so weit fortgeschrittenen, aussehenden Technologie, die erklären könnte, dass sie das gebaut haben. Also halt, ja, einfache Holzgeräte, Pferde, aber man sieht halt auch, hey, es sieht eher so aus, als würden sie diese Ruin eben wieder entdecken, wieder besiedeln und als wären diese Ruinen da schon sehr lange, ja, unverändert nicht benutzt worden, weil da wachsen Pflanzen und sie sind halt schon, ja, ziemlich kaputt. Und hier bei dem letzten Bild sieht man auch schon diese Deckenornamente und die sind ja auch in späteren Gebäuden, die noch erhalten sind, vorhanden. Ich habe jetzt hier nochmal ganz kurz diesen Arc de Triumph, da sieht man es nicht so gut, aber vor allem die alte, also die Old Penn Station in New York, die ja abgerissen wurde und dann wurde also ein moderner Neubau ganz, ganz schlimm architektonisch dahingebaut und man sieht hier bei dieser Old Penn Station eben genau die gleiche, ja, Deckenkonstruktionen, genau die gleichen Ornamente, diese Kassettendecke und da merkt man schon so, also es scheint doch in diese Richtung zu gehen, dass an diesen Bildern was dran ist, aber wenn an diesen Bildern was dran ist, dann ja werden ganz, ganz große Fragen aufgeworfen. Ich zeige dir noch andere Bilder von Piranesi, hier mal ein Haus, auch mit wieder super kleinen Menschen davor, also man merkt schon, die haben bestimmt nicht dieses Haus für sich gebaut, weil sie sind einfach viel zu klein, also bei der Eingangstür, die ist ungefähr viermal so groß oder halt hier auch nochmal eine, ja, Brückenkonstruktion oder was auch immer und hier auch nochmal wie so ein Triumphbogen, das ist erstmal nur zum Einstieg und wie gesagt, also ich habe ja schon ein bisschen versucht, deine Aufmerksamkeit dahin zu leiten, man sieht Gebäude mit starken Erosionen, also die stehen da jetzt nicht erst seit gestern, die sind auch nicht neu gebaut, es sieht so aus, als würden sie wieder entdeckt werden, die sind kaputt, eingefallene Gebäude wie nach einem Erdbeben oder irgendeiner Katastrophe, überproportionale Architektur, ja, was dann dahin denken lässt, dass die Erbauer halt eben auch deutlich größer waren. Also wir schauen uns in diesem Video neben Piranesi auch noch die Bilder von Giovanni Paolo Panini an, der hat gelebt bis zum, bis zum 1765, Hubert Robert hat bis 1808 gelebt, also genau in diesem, in dieses Zeitalter der großen Katastrophe, dieses Kataklysmus, ich zeige dir nochmal kurz eine Folie von Raik Gave, da haben diese Menschen halt eben gelebt. Hier auf dieser Folie, wo Raik das wirklich sehr gut darstellt und was halt eben letztendlich auch das Herausgearbeitete ist in der alternativen Geschichtsforschung, dass wir halt eine Katastrophe haben, eventuell global, eventuell viele kleine lokale Ereignisse, die heute zusammenfassend als Schlammflut bezeichnet werden, aber die halt nicht irgendwie weltweit passiert sein müssen gleichzeitig, sondern die halt eben auch nacheinander aufgetreten sein können, die aber halt eben, ja, eine weltweite Zerstörung sozusagen angerichtet haben, gefolgt von dann einem Weltkrieg, der ja wahrscheinlich dazu geführt hat, dass wir eben heute diese, ja, Machtpositionierung haben, die wir halt eben auch sehen, also auf gut Deutsch, dass damals das tartarische Großreich halt eben untergegangen ist, was dann halt aber in der offiziellen Geschichtsschreibung überdeckt wurde, in verschiedene Kriege, Pestepidemie, Napoleon, der gegen Moskau marschiert ist, obwohl die damalige Hauptstadt St. Petersburg war, wo man halt merkt, einige Dinge stimmen nicht und es sieht so aus, also würde halt dieses weltweite Ereignis in ganz, ganz viele kleine, einzelne, auch Unabhängigkeitskriege runtergebrochen sein. Und ich starte jetzt mal mit einem Zitat von der Webseite tartaria.info, um da mal reinzukommen und ich werde halt immer wieder verschiedene Bilder mit einblenden, damit du da halt eben, ja, halt auch verstehst, wie diese Faszination da zustande kommt. Zum heutigen Tage sind alternative Forscher zu dem Schluss gekommen, dass es vor etwa 200 bis 300 Jahren eine Katastrophe auf der Erde gab, die die vorherige hochentwickelte Zivilisation auslöschte und Wüsten hinterließ. Diese wurde in der Geschichte als verschiedene Kriege, Aufstände und Revolutionen des 19. oder 18. oder 19. Jahrhunderts dargestellt, die in Wirklichkeit der Widerstand der Bewohner, der damaligen Bewohner, gegen die Invasoren waren. Sie wurde auch als eine Zeit der Entdeckung neuer Länder, deren Kolonisierung und der Versklavung der indigenen Völker dargestellt. Könnte man auch noch extra Videos drüber machen, aber erst mal nur zum Verständnis, wie dann halt eben diese Veränderung der vorherigen Geschichte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit halt eben stattgefunden hat. Nehmen wir ein Beispiel und an dieser Stelle danke an Sönke und auch an alle anderen, die mir immer so tolle Inspirationen zuschicken. Das ist das Forum Romanum, was der Piranesi damals halt eben dargestellt hat. Und man sieht halt, also dieser Triumphbogen steckt halt einfach im Schlamm, steckt irgendwie in der Erde und es ist halt alles zerstört. So war der Zustand anscheinend damals und wenn man es mit heute vergleicht, sieht man, dieser, also dieses ganze Areal ist von dieser Erdschicht, Schlammschicht befreit worden und hat halt eben heute wieder ja normale Proportionen. Und wir haben auch schon einige geschrieben, selbst heute ist es noch so, dass man Stufen nach unten gehen muss und ja, da ist eben immer noch nicht alles ausgegraben. Also das ist schon mal super interessant, weil ja immer die Argumentation ist, ja, die haben sich alles nur ausgedacht, das waren Phantasten. Und man merkt halt, naja, wenn man mal die Architektur von heute, die noch da ist, mit der alten Architektur vergleicht, dann sieht man, naja, so viel haben die sich anscheinend gar nicht ausgedacht. Und, also ich zeige dir noch ein paar andere Bilder, die sind auch von Piranesi, die mit heutigen Fotografien überlagert wurden. Dann sieht man, ja, okay, also das gibt es halt und es sieht halt eben auch eins zu eins so aus. Heute ist es dann natürlich restauriert, saniert, hier noch eine Brückenkonstruktion und auf der Seite Stolen History und auch diese Links, alle Links, die ich hier zitiere, die verlinke ich in der Videobeschreibung. Wie immer an dieser Stelle Ehre, wem Ehre gebührt, auf der Seite Stolen History fragen halt eben die Autoren auch, ja, war Piranesi eben ein Überlebender der vorherigen Zivilisation, der halt dann eben diese ganzen Gebäude aufgezeichnet hat oder war er halt vielleicht einer der, ja, Neuen, die halt diese Ruinen letztendlich wiederentdeckt, wiederbesiedelt haben und hat da dann aber diesen, ja, Ist-Zustand dargestellt, so genau wie möglich und letztendlich sagen sie auch ja, beide Fragen werfen einen ganz anderen Blick auf unsere Geschichte. Wir gehen mal weiter, weiter auf von der Seite tartaria.info, der Autor Viktorovich, die wollen halt immer, dass man die Autoren nennt, was ich hier mitmache, hat geschrieben. Manchmal ist es durchaus nützlich, alles in der Schule und Hochschule erlangte Wissen zu vergessen, damit man einfache, längst bekannte Dinge neu betrachten kann. Hier sind einige leuchtende Gemälde verschiedener Künstler, die weniger bekannt sind als die Werke des Giovanni Battista Piranesi, aber halt eben inhaltlich miteinander verbunden sind. Und hier stellt sich die Frage, sind denn bei denen im Europa im, ja, 17., 18., 19. Jahrhundert keine unzerstörten Gebäude verblieben? Und, ja, also interessanterweise heute wird es einfach nur als ruinistische Malerei dargestellt. Wir schauen uns noch mal ein, zwei Bilder aus Russland an und da sieht es letztendlich genauso aus. So, und er schreibt dann weiter. Sehen wir uns die Gemälde von einem, ja, weniger bekannten Vertreter der ruinistischen Strömung in der europäischen Malerei an, und zwar von Giovanni Paolo Panini. Wie ihr selbst seht, ist die Hauptpersonage der Werke, antike Ruinen. Okay, nichts Neues, nur, dass die Ruinen nicht vom Plebs mit Vieh, sondern von normalen Europäern bevölkert sind. Mittelklasse und Adel. Aber das ändert nichts an ihrem Wesen. Einige Ruinen existieren bis heute als restaurierte Anlagen oder als offensichtliche Neubauten. Aber der größte Teil davon, was die Menschen noch vor gar nicht langer Zeit umgab, ist unwiederbringlich zerstört. Und noch etwas, diese Sujets, also diese Motive der künstlerischen Gestaltung, vereint jener Fakt, dass der Künstler die Wirklichkeit fotografisch abgebildet hat, ohne darüber nachzudenken, wie die nachfolgenden Nachkommen diese Werke auslegen werden. Und jene Nachkommen erwiesen sich als, ja, mehr oder weniger undankbar. Sie haben ihre Ur-Ur-Urgroßväter einfach für primitive, ungebildete Phantasten erklärt, die dazu neigen, zu beschönigen, zu übertreiben und überhaupt sich diese ganzen Motive aus den Fingern zu saugen. Und, ja, heute würden wir wahrscheinlich sagen, das waren und sind wohl eher die Kontrolleure gewesen, die letztendlich, ja, die Deutungshoheit über Bilder, bestimmte Narrative, bestimmte Denkweisen halten möchten und, ja, letztendlich eine Version der Geschichte aufrechterhalten möchten und von anderen Dingen einfach ablenken. Und er schreibt weiter, ich kann nicht glauben, dass diejenigen Gebäude, die bis heute erhalten geblieben sind, der Künstler mit fotografischer Genauigkeit abgebildet hat und jene, die jetzt schon nicht mehr da sind, er sich einfach ausgedacht hat. Warum auch? Die Wahrheit ist meist ganz einfach und wird dann eher versucht, mit umständlichen Erklärungen zu überdecken. Es ist viel realistischer und trotzdem auch erschütternder, dass die Künstler sich eben nichts ausgedacht haben, sondern sie haben die sie umgebende Welt dokumentiert. Und wir sehen auf den Bildern, dass es im 18. und 19. Jahrhundert, nach historischen Maßstäben erst gestern, eine europäische Zivilisation von vielhaltenden Bauern gab, die von einem Häuflein jener gelenkt ward, deren Kleidung etwas teurer war und die aber ebenfalls auf den Ruinen riesiger megalithischer Anlagen lebte, welche sie selbst ganz offensichtlich nicht erbaut hatte. Und die Erklärungen der Herrschaften, dass in Wirklichkeit ihre Vorfahren das erbaut hätten, aber dann eine Epoche mittelalterlicher Dunkelheit begann, in der wir Menschen alles verlernt haben, was wir vorher schon konnten, auch solche Wunder zu bauen, sind gelinde gesagt, ja, sagen wir mal lieber nichts dazu. Aber jetzt mal ernsthaft, Piranesi hat zum Beispiel auch technische Zeichnungen erstellt und das spricht ja auch eher für meine Sichtweise, dass er halt einfach damals, ja, das wiedergegeben hat, so genau wie möglich, was er halt gesehen hat. Ich zeige dir hier mal 1-2 Brückenkonstruktionen von Piranesi, die auch sehr interessant sind, weil wir sie heute auch nicht mehr bauen, beziehungsweise die Konstruktionen der Brücken, die er dargestellt hat, die sind in der Regel geschützt, also sind dann halt irgendwie Kulturerbe, Denkmalschutz und so weiter. Und das bedeutet, auf der einen Seite hört sich das gut an, ja, sie werden geschützt, auf der anderen Seite bedeutet das, du darfst nicht einen einzigen Spatenstich oder Forschung oder irgendwas betreiben, um zu schauen, ob diese Details mit den Zeichnungen von damals übereinstimmen. Ja, und diese Bilder, die zeigen letztendlich, dass eine andere Geschichte einen förmlich anspringt. Also es schreit, es tropft aus allen Poren, hey, hier ist etwas passiert, was heute überhaupt gar nicht mehr erklärbar ist. Dafür gibt es keine offizielle Erklärung. Diese Gebäude sind viel zu groß für diese Menschen, die darauf abgebildet sind. Die, ja, ruinistische Malerei als Kunstströmung ist viel zu allgegenwärtig genau in dieser Zeit in unterschiedlichsten Malern, ja, oder durch unterschiedlichste Maler vertreten, die aber ähnliche Gebäude dargestellt haben mit einer, also fotorealistischen Detailtreue, möglichst genau haben sie es dargestellt, teilweise auch noch andere technische Zeichnungen erstellt. Also es fällt einfach auf, hey, es ist hier wahrscheinlich irgendetwas anderes passiert. Sie haben sich diese Sachen nicht ausgedacht und es liegt jetzt halt an uns, da weiter zu graben und auch dieses riesengroße, im wahrsten Sinne des Wortes, Puzzleteil an seinen Platz zu bringen und halt einfach zu schauen, hey, also und es ist ja vor relativ kurzer Zeit passiert, was ist da eben wirklich passiert? Ähm, ja, was ist dieser Teil unserer Geschichte, der eben heute nirgendwo mehr kommuniziert wird? Und was passiert, wenn wir da halt eben weitere Puzzleteile hinzufügen? Und da gibt es sich halt eben, also ein, ja, interessantes, aber halt eben auch sehr heftiges Bild, weil wir anscheinend, ja, letztendlich die Nachfahren einer Hochkultur sind, die, ja, damals was auch immer für Wissen hatte und, ja, damit verabschiede ich mich aus diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, vielen Dank an alle, die mir immer so tolle Inspirationen zuschicken und dadurch auch meine Wahrnehmung, meinen Fokus immer weiter vergrößern und auch, ja, vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.